Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, zwei einfache Möglichkeiten, Paperless NGX, das papierlose Büro, mit Dokumenten zu füttern. Das ist quasi der zweite Teil unserer entsprechenden Serie. Die erste Variante, die jetzt gleich gezeigt wird, das ist die manuelle Variante, meiner Meinung nach nicht wirklich brauchbar, soll aber natürlich trotzdem erwähnt werden. Und die zweite Variante, das ist das automatische Füttern, dazu später mehr. Kommen wir zu der ersten Variante, das ist das ganz einfache Hochladen von dem entsprechenden Rechner, auf dem ich unterwegs bin. Ich bin jetzt hier auf einem Rechner, habe mich mit dem Google Chrome auf die Benutzeroberfläche von Paperless aufgeschaltet, also die entsprechende IP eingegeben und den Port dahinter und dann landet man hier auf der Startseite und hier habe ich die Möglichkeit, Dokumente abzulegen oder eben hier drauf zu klicken. Dann bekomme ich den Dateiauswahl-Dialog und dann kann ich Dokumente anwählen und die werden dann hochgeladen. Versuchen wir das Ganze mal, dazu werde ich das jetzt ein bisschen minimieren, ist jetzt gerade nach unten gerutscht. Ich habe hier meine Dokumente, die habe ich mal aus dem Internet runtergeladen. Dann nehme ich jetzt einfach mal die zwei, nehme das hier und werfe die hier ab. Da steht dann da drunter, es wird verarbeitet, das wird mir hier auch entsprechend angezeigt. Wenn das Ganze dann fertig ist, kann ich die Dokumente danach hier über den Link Dokumente finden und jetzt natürlich entsprechend durchsuchen. Also hier bei den Werbedokumenten, die ich da jetzt aus dem Internet runtergeladen habe, da macht das natürlich keinen Sinn, aber der Trick ist natürlich, dass es in Wirklichkeit Rechnungen sind oder andere Dokumente, die von Bedeutung sind und die kann man dann eben textmäßig hier durchsuchen. Deswegen, die sind gescannt worden, also auch mit per OCR, damit der entsprechende Text erkannt wird, wenn ich jetzt hier oben danach suchen würde. Das wäre dann eben die manuelle Methode, die einfachste Methode, aber eben auch die aufwendigste Methode, denn jedes Dokument, das ich eventuell irgendwo gescannt habe und dann zum Beispiel auf dem Desktop liegen habe, muss ich eben per Hand dort einfügen. Vorher passiert da nichts. Deswegen als Alternative die andere Methode, bei der Paperless die Dokumente automatisch zugeschoben werden. Ich habe das mal versucht, hier grafisch darzustellen und die Kette, die beginnt mit dem netzwerkfähigen Scanner oder dem 3-in-1-Drucker. Die sind im Grunde alle in der Lage, die Dokumente, die gescannt wurden, irgendwo in einem Netzwerk abzuspeichern. Also zum Beispiel auf einer Freigabe. Das kann eine SMB-Freigabe sein, das kann FDP sein, es gibt sogar Scanner, die haben schon im Gerät direkt mit dabei die Möglichkeit, gescannte Dokumente direkt in die Google Cloud hochzuschieben. Aber auch dort können wir die uns einfach abgreifen, also egal welcher Speicher das ist, wir können ihn abgreifen. Und das Ganze macht für uns AirClone, das ist hier unten. AirClone wird jetzt gleich von uns angewiesen, die Dokumente von dem Speicher runterzuladen in von uns vordefinierten Intervallen und dann in das entsprechende Verzeichnis bei Paperless abzulegen. Und Paperless geht dann automatisch hin, scannt die Geschichte ebenfalls bzw. konsumiert die Dateien und werden dann eben direkt angezeigt. Das heißt, in dem Moment haben wir nicht mehr die Aufgabe von wegen, da ist jetzt gescannt worden und wir müssen das von Hand eintragen, sondern das ist gescannt worden und wenige Minuten später ist es automatisch hier direkt drin. Wieder zurück auf meinem Rechner habe ich mich jetzt unter anderem mal auf diese SMB-Freigabe aufgeschaltet. Das ist hier das Verzeichnis auf dem Rechner, auf dem der Scanner die Dokumente, nachdem er sie gescannt hat, eben automatisch ablegt. Und die greifen wir uns jetzt ab. Und dazu müssen wir allerdings erst noch mal auf den Rechner schalten, auf dem Paperless eigentlich läuft. Das war ja in meinem Fall ein Docker-Container. Und wenn ich jetzt hier, ich bin jetzt hier auf Portainer, wenn ich mich jetzt ganz kurz hier auf die entsprechenden Container aufschalte, dann haben wir hier bei, das war hier unter Stacks, hatten wir das Ganze gemacht. Da ist Paperless NGX. Klicken wir da drauf und dann habe ich hier den Editor. Das waren damals die Befehle, mit denen wir den Container erstellt haben. Und hier kann ich nämlich hier sehen, wo das entsprechende Verzeichnis ist, in das ich am Ende die Dateien schieben muss. Da kann man hier entsprechend durchschauen. Hier sind die Volumes und hier gibt es ein Verzeichnis. Ich mache das hier nochmal was kleiner. Das ist ein Verzeichnis und das ist das sogenannte Consume-Verzeichnis. Also das ist das, was er frisst, um die entsprechenden Dokumente dann am Ende auch anzeigen zu können. Und hier müssen die Dateien am Ende rein. So, ich schalte mich auf den Rechner auf und dazu per SSA oder per Eingabeaubforderung. SSA-Root in meinem Fall, das ist der Benutzer auf dem Host-Rechner, auf dem Docker läuft, auf dem der Container läuft, der Paperless-Container. Also root-add und in meinem Fall war das die IP 192.168.111.83 müsste das sein. Passwort. So, und wenn ich jetzt hier mit CD, Vol.1, Docker war das, Paperless, Consume-LSLA. So, da sind die Dateien, beziehungsweise das, das Verzeichnis. Hier müssen unsere Dateien am Ende drin landen. Auf diesen Host-Rechner, also auf den Rechner, auf dem Docker läuft, müssen wir AirClone installieren. Link natürlich in der Beschreibung, bringt sie auf die Seite hier und hier stehen die entsprechenden Versionen, die man da runterladen kann. Wobei die Linux-Fraktion, Docker läuft bei mir auf einem Linux-Rechner, jetzt relativ einfach. Wir brauchen hier nur diese Zeile. Und zwar, weil ich jetzt hier auf der anderen Seite schon als Root-Nutzer angemeldet bin. Hier ansonsten einfach sich kurz Root-Rechte verschaffen und dann die Zeile hier einfügen. Curl, Copy und dann, hier wird ein Skript runtergeladen. Das Skript kann dann erkennen, welche Version von den hier oben angebotenen die beste für mich ist. Und die wird dann eben runtergeladen und direkt installiert. Einfach hier einfügen. So, wird das runtergeladen und dann installiert. So, in meinem Fall war es schon installiert, weil ich das Ganze natürlich eben schon mal durchgetestet habe. Aber am Ende landen sie auch wieder auf ihrer Eingabeaufforderung. Bei Ihnen, wenn das dann gerade erst installiert wurde, steht am Ende nach der Installation eben auch, wie man AirClone benutzt. Und zwar, man ruft das Ganze auf mit AirClone-Config. Da wird bei Ihnen genauso stehen, von wegen derzeit sind keine Konfigurationen vorhanden. Was wollen Sie machen? Ein neues Remote-Laufwerk einbinden, Konfigurationen mit dem Passwort oder eben beenden. Natürlich, wir drücken N für neu. Jetzt den Namen eingeben. Den Namen brauchen wir nachher noch. Der muss also jetzt, ich sag mal, so gestaltet sein, dass wir das erkennen. Denn theoretisch kann man ja auch von mehreren Verzeichnissen auf genau die gleiche Art und Weise die Dokumente reinholen, damit man das unterscheiden kann. Ich nenne das jetzt bei mir einfach Scanner. So, dann werden wir gefragt, okay, wie wollen wir uns da verbinden? Und hier sehen wir jetzt eine ziemlich große Auswahl. Weit über 50 verschiedene Dienste. Wie zum Beispiel bei den Amazon S3 Compliance Service Storage Provider. Da gibt es also jede Menge, die dabei sind. Wir hatten uns jetzt entschieden für SMB. Hier ist FTP, wenn man das haben wollen würde. HTTP ist auch dabei. SMB da oben. Die 38. SSH ist auch dabei. Also gut, ich brauche die 38. Nachdem ich die gefunden habe, wird das Ganze hier eingetippt und abgeschickt. Da will er von mir zuerst die Adresse haben, auf dem die SMB-Freigabe liegt. Das ist der Rechner, auf dem der Scanner die Dokumente ablegt. Er will zwar jetzt hier einen Domainnamen haben, aber man kann natürlich auch eine IP eingeben. Das werde ich jetzt hier auch machen mit 192.168.111.176. Das ist die IP des Rechners, auf dem die Dokumente liegen. So, jetzt, um mich dort per SMB aufzuschalten, muss ich mich natürlich authentifizieren. Die Freigabe hat einen Benutzernamen und natürlich auch ein Passwort. Die Freigabe hat jetzt von mir damals erhalten, ich glaube, den Benutzernamen NAS. und Standardport. Passwort. Ja, ich will natürlich ein Passwort eingeben. Yes. Ich könnte hier theoretisch auch eins generieren lassen, um das dann entsprechend auf dem anderen Gerät einzugeben. Aber das ist natürlich viel zu aufwendig. Nein, nein. Ich habe ja eine Freigabe. Der Scanner benutzt ja auch diese Freigabe. Deswegen klicke ich hier Yes und jetzt Passwort eingeben. Und das war bei mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 eingegeben, weil ich das Ganze nicht sehen kann, muss das nochmal bestätigt werden, um Tippfehler zu vermeiden. Abschließend wird hier noch ein Domänenamen angefordert. Der ist bei SMB-Freigaben absolut üblich und in der Regel ebenfalls üblich. Die Domäne heißt Workgroup. Wenn Sie dann einen anderen Namen haben, ich sage jetzt mal, das würden Sie wissen und dann natürlich Ihren Namen dort eintragen. Ich habe natürlich das alles im Standard belassen, weil eben auch am einfachsten. Also ich muss das Ganze jetzt hier nur Workgroup nennen. Das ist die Standard-Einstellung. Deswegen, da brauche ich nur Enter zu klicken. So, wollen wir jetzt nochmal die erweiterte Konfiguration editieren? Nein, wollen wir nicht. Wir sind fertig. Und jetzt steht das Ganze hier nochmal kurz aufgeführt. Wir werden gefragt, ist das so richtig? Wollen wir das so behalten? Yes ist wieder OK und Default. Also da brauche ich nichts für einzutippen. Wir sind raus und wir sehen jetzt hier als Konfiguration Scanner vom Typ SMB. Und immer wenn wir jetzt eben AirClone Config aufrufen, dann kriegen wir jetzt hier die entsprechenden Remotes angezeigt und darunter dann die Möglichkeit, das wieder zu bearbeiten oder eben neue hinzuzufügen, auch dann wieder N drücken. So, wir sind hier aber fertig. Also ich gehe mit Quit hier raus. Kommen wir dann im nächsten Schritt dazu, den Befehl aufzurufen, damit sich AirClone die Daten von der Freigabe holt. Also AirClone, das ist ja mal klar. Und dann wir synchronisieren. Wir benutzen den Befehl Sync. Jetzt brauchen wir den Namen der entsprechenden Freigabe. Die hatte ich ja genannt. Scanner. Wichtig, hinter dem Namen Doppelpunkt, weil das ist die Quelle. Und jetzt wohin damit? Und das hatten wir ja eben schon genannt. Volume, dann Docker, dann Paperless und Consume. Bevor wir das Ganze allerdings jetzt das erste Mal machen, ganz wichtig, wir fahren auch mal zurück. Und hinter dem Sync, da packen wir noch ein 3Run rein. Das heißt, er macht jetzt nur einen Test. Er schaut, kann ich auf die Dateien zugreifen und würde ich die kopieren können. Aber er macht nicht wirklich etwas. Also schicken wir das Ganze ab. So, wir kriegen hier die entsprechende Mitteilung. Das ist alles okay. Also das ist nur die Notiz. Er hat gesehen, die Datei, Scans und dann Anlage. Und er hat es natürlich nicht kopiert, aber eben die Größe und so weiter. Das hat er alles mitgekriegt. Ich sehe allerdings hier, das Ganze würde so nicht wirklich funktionieren. Und zwar, er sieht die Datei in einem Verzeichnis namens Scan oder Scans. Und er würde das Verzeichnis mit erstellen. Das klappt bei Paperless allerdings nicht. Er muss nur diese Datei kopieren. So, also nach unten gefahren. Den Befehl nochmal neu aufgerufen. Und jetzt hinter das Scanner einfach ein Slash Scans. So, ich habe den 3-Ran immer noch drin. Das heißt, ich kann jetzt sehr gut sehen. Bringt es was oder geht es immer noch daneben? Nein, jetzt habe ich nur Anlage AV 2022. Ja, das sind Dateien, die habe ich mir aus dem Internet runtergeladen. Vom Finanzamt. Aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Gut, also diesmal hätte es funktioniert. Dann können wir das Ganze also nun durchführen ohne den 3-Ran. Das heißt, ich rufe das Ganze nochmal auf und lösche einfach den entsprechenden 3-Ran-Befehl. So, natürlich direkt vorab, keine Sorge. Den Originaldateien, denen passiert natürlich nichts. Da hatten wir einige Kommentare unter dem ersten Teil von wegen, naja, man kann der Software ja nicht unbedingt vertrauen mit den Originaldokumenten oder ähnlichem. Und natürlich war das nie irgendwo erwähnt von wegen, dass wir irgendwelche Dateien dort hochladen und danach die Originale zerstören. Also Originaldateien bleiben original aus dem gleichen Grund, fasst man die auch nicht an und behält die einfach. Mit einer anderen Serie, Cloud Yourself, haben wir zum Beispiel schon eine Möglichkeit vorgestellt, solche Dokumente dann zum Beispiel auf mehrere Rechner redundant zu verteilen, damit die auch auf ewig Originale bleiben. Damit denen also nichts passiert. Also auch jetzt hier bei dem Beispiel, der Befehl ist Sync und nicht Move. Und insoweit die Originaldateien, die bleiben da liegen. Also, haben wir den Befehl da eingegeben, schicken wir das Ganze ab. Das geht ruckzuck, weil das natürlich hier im LAN passiert. Und ich müsste jetzt in der Lage sein, wenn ich jetzt hier CD Volume 1 Docker Paperless Consume LSLA. Okay, den Befehl möchte ich natürlich richtig eingeben. So, hier sind meine Dateien. Sie liegen drin und dann können wir jetzt hier umschalten. Paperless, er hat es hier schon geschrieben, hinzugefügt. Machen wir das hier was größer. Der arbeitet hier schon völlig automatisch. Kommt hier ein Dokument nach dem anderen. Na, da brauche ich nichts zu tun. Abgesehen von warten. Ich glaube, wenn ich hier drauf gehe. Ja, dann sehe ich das halt auch, aber. Ach, hier unten steht noch sieben weitere kommen da noch. Ach ne, die sind schon gescannt worden. Da, Anzahl der Dokumente gesamt. Also gut, da müssen wir jetzt einfach mal kurz abwarten. Nachdem alle Dokumente dann eingelesen wurden, stehen die uns natürlich auch hier entsprechend zur Verfügung und wir können die dann bearbeiten oder drin suchen. So, wir sind allerdings noch nicht ganz fertig, denn das derzeitige Schema, das bringt noch so zwei Punkte mit sich. Die müssen wir noch adressieren. Dazu wechsle ich jetzt hier nochmal auf die Eingabeaufforderung. Ich bin hier jetzt immer noch auf meinem Docker-Rechner und hier in dem entsprechenden Paperless-Verzeichnis. So, und wenn ich jetzt hier reinschaue, dann sehe ich das leer. Das heißt, das Ding heißt Consume aus einem ganz bestimmten Grund. Der frisst die Dokumente, die wir hier reinlegen. Na, die sind danach einfach weg. Warum? Weil er die importiert hat. Das ist eventuell für den einen oder anderen nicht wirklich kriegsentscheidend. Allerdings hier, ich denke mir mal, das soll so nicht sein. Denn das Problem ist nun mal, ich habe jetzt hier noch eine zweite Eingabeaufforderung geöffnet und hier ist nochmal der Befehl, den wir ja gerade abgeschickt haben. Und der Befehl heißt ja nun mal Sync. Das bedeutet, beim zweiten Mal, wenn R-Clone jetzt nochmal ausgeführt wird, R-Clone wird erkennen, okay, das Verzeichnis ist leer. Ergo kopiere ich nochmal alle Dateien rüber. Und mit der Zeit sammeln sich halt jede Menge Dateien an. Und nachher werden da, ich sag mal, wann immer wir den Befehl ausführen, ich würde das zum Beispiel später mal so konfigurieren, dass der Befehl einfach einmal die Stunde ausgeführt wird, dann werden da eventuell, wenn da gigabyteweise Daten auf dem Scanner rumliegen, dann werden immer erst gigabyteweise Daten rübergeladen, damit er das dann hier entsprechend synchen kann. Und der zweite negative Nebeneffekt ist, dazu werde ich das jetzt hier einfach nochmal abschicken, dann können wir das nämlich genau sehen. Jetzt sind die Dateien wieder alle da. Da sind wieder alle da. Und wenn ich jetzt hier nachschaue, dann kommt das hier entsprechend rein, markiert als Fehler. Das müssen wir jetzt ganz kurz abwarten. Das dauert nicht lang. Also die Dokumente wurden nicht hinzugefügt, aber wenn ich jetzt hier auf Detailaufgaben nachschaue, dann sehe ich halt hier fehlgeschlagen. So, das ist natürlich auch nicht tragisch. Das kann man markieren und dann verwerfen. Allerdings, wenn ich jetzt hier in den Consume-Ordner nochmal reinschaue, LSLA, die Dateien sind alle noch da. Also die, die er nicht importieren kann, die behält er hier. Dass hier die Dateileichen liegen bleiben, das ist natürlich kein Problem von AirClone. Das ist ein Problem von, ich sag mal in Anführungsstrichen, falscher Konfiguration von Paperless. Das müssen wir anders lösen. Das machen wir im nächsten Video. Das wird über die Konfigurationsdatei dann einfach eben Paperless angewiesen. Dateien, die du nicht erfolgreich importieren kannst, die müssen einfach nur gelöscht werden. Er kann ja immer noch die Fehlermeldung auswerfen, aber wir wollen halt nicht, dass sich hier über die entsprechende Zeit die ganzen Dateien da ansammeln. Was aber in die Zuständigkeit von AirClone halt fällt, ist halt, dass er immer wieder alle Dateien rüberschieben will, wenn die denn erfolgreich importiert wurden. Und darum kümmern wir uns jetzt natürlich noch. Das bedeutet erstmal, RM, ich muss die Dateien jetzt einmal von Hand löschen, Volume, Docker, Paperless, Consume, Sternchen, also alle Dateien raus, und jetzt ist es hier wieder leer. Und damit AirClone die Dateien nicht immer wieder rüberschiebt, müssen wir das Ganze einfach anpassen mit dem entsprechenden Flag. Wir hatten ja eben schon mal drei Rand benutzt. Und jetzt hier Minus, Minus, Max, Minus, Age. Und jetzt dahinter das Alter der Dateien, das gezogen wird. Und zwar in meinem Fall eine Stunde. Das heißt, nur die Dateien, die eine Stunde alt sind oder jünger, die werden runtergeladen. Alle anderen, die werden halt nicht mehr runtergeladen. So, das entsprechend abgeschickt. Kann natürlich nur funktionieren, wenn ich noch eine Datei habe, die auch entsprechend jung ist, also die gerade erst gescannt wurde. Ich habe die natürlich jetzt hier erstellt. Insoweit, ich wechsle hier nochmal rein, nehme die Datei, und ich habe die jetzt XXX benannt, damit ich die gleich schneller finde. So, die ist da. Das heißt, wenn ich jetzt den Befehl ausführe, dann sollte nur die eine Datei... Dann sollte nur die eine Datei transferiert werden. Schicken wir das Ganze ab. Okay. Entweder es hat funktioniert und es ist schon importiert worden, oder es hat nicht funktioniert. Schauen wir nach. XXX wurde hinzugefügt. Ja, das ging so schnell. Ich war nicht schnell genug. Damit wären wir dann am Ende angekommen, jedenfalls fast, denn wir sind fertig mit dem entsprechenden Befehl. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass der Befehl auf dem Rechner einfach jede Stunde ausgeführt wird. Dann wird R-Clone jede Stunde hingehen und alle Dateien jünger oder genau eine Stunde alt eben entsprechend rüberladen. Paperless wird die importieren und das Ganze läuft. Wenn Sie jetzt für Ihren eigenen Anwendungszweck entsprechend sagen von wegen, nein, nein, ich will das nicht einmal die Stunde synchronisieren und dann importieren. So viel habe ich da nicht. Gut, kann man natürlich trotzdem machen, weil dann würde er nur keine Dateien finden. Aber für den Fall der Fälle, dass Sie sagen, ich will das Ganze nur einmal am Tag machen. Da gibt es natürlich entsprechende andere Parameter. Nicht eben H für Hour, sondern eben für den entsprechenden Tag. Ich kann hier auch 24 Stunden angeben. Den Link natürlich in der Beschreibung, welche Parameter hier alle möglich sind für eben Max-Age. Von einer Sekunde bis, ich glaube, Wochen oder Jahre kann man das setzen. So, wie machen wir das Ganze, damit der Befehl jetzt regelmäßig ausgeführt wird? Das machen wir hier mit dem Befehl crontab.e. Den führe ich hier gerade zum ersten Mal aus. Deswegen werde ich gefragt, mit welchem Editor ich das Ganze machen möchte. Eins ist Standard und OK. Dann haben wir das Ganze hier. Ich werde das hier mal ein bisschen runterfahren. So, crontab haben wir in anderen Videos schon mal ausführlicher angesprochen. Ich mache jetzt hier nur die kurze Nummer. Und zwar erstmal die 5 Sterne. Da stehen hier entsprechend erläutert. Hier für die Minute, für die Stunde. Ja, dann für Day of Month. Ah ja, welcher Tag des Monats. Dann der Monat und dann der Tag der Woche und so weiter. Und dann entsprechend der Befehl. So, und wenn ich jetzt das Ganze so lassen würde, dann wird das jede Sekunde ausgeführt werden. Das will ich natürlich nicht. Weswegen ich jetzt für mein Beispiel mit der Stunde. Sobald die Minute 0 ist, und das ist die einmal pro Stunde, dann wird der entsprechende Befehl ausgeführt, der jetzt hier hinterkommt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, ich brauche das nicht jede Stunde. Ich will das nur einmal am Tag haben. Gut, dann würde ich jetzt hier einfach noch eine 0 hinsetzen. Und das würde bedeuten, wenn die Stunde 0 ist und die Minute 0, das haben wir quasi, Mitternacht, dann wird der Befehl ausgeführt. Oder wenn Sie sagen, nein, Mitternacht, da bin ich ja noch am Arbeiten. Ich brauche das Ganze um 4 Uhr morgens. Dann haben wir das eben gerade hier so gemacht. Das heißt, zur vierten Stunde, wenn die Minute 0 ist, dann wird der entsprechende Befehl ausgeführt. So, wie gesagt, ich bleibe hier bei meiner Stunde. Und jetzt dahinter einfach der entsprechende Befehl. Den kann ich mir jetzt hier rauskopieren. Und hier oben einfügen. Und das Ganze wird abgeschlossen mit einem Und. Danach STRG-O. Abspeichern. Mit X raus. Und wir sind fertig. Wie eben schon erwähnt, je nachdem, wie die Einträge hier jetzt in Grundtab lauten. Wenn Sie da also jetzt sagen, nur einmal am Tag, dann eben hier entsprechend auf 24 Stunden setzen. Und umgekehrt. Damit das Ganze passt. Wer jetzt Sorge hat von wegen, ja, was jetzt, wenn mein Dokument irgendwie zu lang im Scanner braucht. Und nachher ist es 61 Minuten lang. Und dann wegen dieser Max-H-Geschichte eine Stunde. Dann wird eben die Datei dann doch nicht gezogen. Und dann habe ich nachher wirklich Lücken in meinen Dokumenten. Nun, da kann man natürlich entsprechend reagieren, indem ich hier sage, einmal pro Stunde sollst du ziehen. Aber ich setze die Max-H-Grenze hier auf zwei Stunden. Das heißt, wenn da Dokumente dann zu viel sind, dann werden eventuell ein paar Dokumente mehrmals transferiert. Ist ja nicht schlimm. Die werden ja nicht importiert. Beziehungsweise sind ja dann schon drin. Aber wir haben auf jeden Fall nicht eben die komplette Sammlung immer wieder rüber geschoben. Und wie gesagt, mit der entsprechenden Konfigurationsänderung im nächsten Video werden solche Duplikate, die dann liegen bleiben, die werden dann noch gelöscht. Ist also ganz einfach. Okay. Vielen Dank.